Ich komme zum Ende und dann stelle ich fest, ich erhöhe hier die Spannung und Sie haben eine... ...binst du gehen sonst leg dich hin, leg dich ihn hin, setz dich, setz dich, setz dich! Hinlegen, 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 ist gut! Kannst du dich setzen? Ja. Alles gut, setz dich. Geh einfach runter, geh einfach auf den Boden. Alles gut, auf den Boden, gehen einfach auf den Boden, nach hinten. Ganz ruhig. Unterbrochen, wir müssen mal gucken. Wie wir diese Unterbrechung hier überbrücken. Offensichtlich ist der Abgeordnete Hauer ansprechbar, wenn ich das richtig sehe. Und ja, wie gesagt, die Abgeordneten kümmern sich um ihn, man wartet offensichtlich dann auch noch auf Sanitätspersonal. Im Bundestag ist ja eine Ärztin angesiedelt, die jetzt übrigens auch herbeieilt, was ich Ihnen aus der Ferne noch sagen kann.